Hallo Leute, da sind wir wieder. Ihr kennt mich ja noch vom letzten Jahr, euer Santa Claus. Diesmal haben wir schickes neues Studio, ich habe mich deswegen auch extra in Schale geworfen. Das ist ja richtig klasse hier, die Jungs haben richtig gut gearbeitet. Dieses Jahr hauen wir natürlich auch wieder Preise raus, aber ganz anders als letztes Jahr. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, als erstes verlosen wir heute ein Sony Ericsson Handy. Wir spielen heute einfach mal Montagsmaler. Kennt ihr doch bestimmt noch. Meine Redaktion hat mir hier was vorbereitet, einen Begriff. Ich male euch das auf und ihr müsst raten, was das ist. Hier funktioniert ja nichts. Was ist das denn für ein Scheiß? Ist das vom Flohmarkt oder was? Scheiße, kommt aber halten. Dann müssen wir uns was anderes einfallen lassen. So Leute, ihr müsst mir jetzt sagen, was ich hier jetzt gemalt habe. Sieht zwar nicht so besonders gut aus, aber ich bin ja auch kein technischer Zeichner. Also, meldet euch! Meldet euch! Puh! Puh! Puh!